Holy shit. Was Kämpfer wählen? Kukhei Huangya Bukai Brahma Siege 0 Dukgai An Chia Rode Island Lenghor Zwei Siege? Setzen wir doch auf den. Ist das jetzt wirklich ein Haarenkampf, so wie ihr es kennt? Ja genau, komm schon. Du machst es gut. Hm. Ah shit. Schade. Ich hab schon gesehen, dass wir nur 500 verloren haben, oder? Ich hoffe es zumindest. Ja komm. 1000. Let's go. So, der schafft das schon. Noch einmal und dann ist Schluss. Ich find's nicht so gut. Muss jetzt nicht unbedingt sein im Spiel. Auch wenn sie jetzt nicht so brutal aussieht. Komm schon. Ich hab 1000 Dollar auf dich gewettet. Really? Wahrscheinlich verliebt man hier immer. Gut, danke für gar nichts. Bye. Wie kann man das Boot fahren? Boot betreten. He he, okay. Spannend. 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 Gut, dann verpisse ich mich hier mal wieder. Dann schauen wir uns an, was uns bei einer anderen Mission so erwartet. Harnkampf muss jetzt nicht immer sein. Ist nicht so. Naja. Muss einfach nicht sein. Tierköllerei. Nicht gut. Muss ich nicht unbedingt unterstützen. Gibt's bei euch noch was spannendes hier drin? Sieht nicht so aus. Schade. Ist mein Motorrad irgendwo noch? Gut, wir gehen einfach mal. Dann muss ich mir halt ein Motorrad oder Fahrzeug klauen. Sorry. Ich muss das mal kurz ausleihen. Du kommst jetzt gleich zurück. Danke, tschüss. Neuer Fall. Markierte Spark finden. Das könnten wir noch machen. Pannhilfe. Und dann gehen wir gleich zum markierten Fall. Was? Wahrscheinlich ist da irgendwie ein Fahrzeug kaputt und wir müssen ihm helfen. Oder nö. Ein kurzer Ride geben oder irgend sowas. Was? Was brauchst du denn? Wehe, wenn jetzt wieder jemand bestiehlt. War ja klar. Really? Ach Leute. Muss doch nicht sein. Oh doch. Du bist gerade richtig in die Sackgasse rein. Was soll jetzt das bitte werden? Nooo. Einfach Leute ins Wasser schmeißen. Ja. Ja. Hat dir überhaupt nichts gebracht. Vollidiot. Und jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Danke für gar nichts. Diese Gefälligkeiten sind manchmal echt doof. Und warum keine Gefälligkeiten? Na ja. Unser Taxi steht da noch gut. Schreibe ich hier auf der falschen Seite eigentlich. Ja. Ach komm. Wir können einfach hier rausfahren. Sind wir gleich da? Ja. Margari Fischboss will blow your mind. Ja. Wahrscheinlich bra... Obwohl... Brauch ich doch nicht. Maximal Gesundheit erhöht. Hab ich gerade gelesen. Find ich gut. 6 von 40. Also wenn ich die alle finden möchte, kann das ja recht lustig werden. Wollen wir jetzt erstmal hören, was Chef dazu sagen hat. Ja. 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 Ich bin einfach ein bisschen schockiert. Ich bin einfach an die Menschen, die mehr wie ihm sind. Ich denke, wir würden uns besser helfen. Komm schon. Was sagst du? Ich könnte wirklich die Hilfe nutzen, wenn du es will. Ja. Okay. Schicken Sie mir ein SMS. Winston will, dass ich nach dir sehe. Alles cool. Cool, Bruder. Wir treffen uns am Nugelstrand auf dem Markt. Na dann. Dann. Let's go. Dogeyes. Zani. Vivian Leif. Ricky Wong. Big Lin. Twan. GinZao. All unit. Respawn. Respond. 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 Ah, interessant. Bye, bye, Leuts. Gut, das Taxi steht immer noch dort. Diesmal auf der richtigen Seite einsteigen. Popstar-Hinweis 1 mit Ming-Treffen. Auf dem Nachtmarkt also. Das ist schön, wenn wir hier dran parkieren, wie es den Kopf so macht. Ming-Treffen. Hallo. Gehen Sie zum Popstars Stammplatz. 200 Meter. Ja, dann nehme ich doch wieder mein Taxi. So mich das Navi auch dort rausschickt. Let's go. Hätte ich auch laufen können, aber... Nee. Das wirst du gleich sehen. Bin Sie die Junkies? Was? So verstehe ich das gerade richtig? Ich mache eigentlich einen Auftrag für den... ...Bösewicht? So bösewicht. Also... Eigentlich für den Gegner von... ... 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 Die machen sich schon selbstfertig. Dann halt nicht. Ach, kommt schon. So, geht doch. Und da sind wir auch schon wieder beim Schauplatz des Verbrechens. Drogen zum Wing bringen. Wenn wir schon hier sind, machen wir doch das gleich. Ne, ich habe es wahrscheinlich einfach falsch im Kopf gehabt. Ming ist wahrscheinlich einer von Doggy's-Leuten. Kontakt mit T-Person hergestellt, Popstars, Hauptlieferant getroffen. Nice, drei Stirne. 1200, Winston Chew und Sam Lin. Ah, die Upgrades habe ich ja noch gar nicht angeschaut. Brechen sie mit einem Slim Jim Autos auf, um den Rahmen auszulösen. May kann Schuss auf den Dreck kampflos entwaffnen. Das hört sich gut an. Schlagresistenz, der Spieler erleidet weniger Schaden durch unbewaffnete Angriffe. Schlagschadenbonus tut sich hier Schaden durch alle Schlagangriffe. Nachkampf-Upgrades. Sweep Kick. Ihr Sweep Kick wirft mehr Gegner zu Boden. Das zurückzubringende Statuen. Glaube ich heisst das. So oben links. Oha, 200% mehr Gesundheit können wir hier. Also finden. Popstars Kontakt operiert mit Lokfu Park. Im Lokfu Park. Überwachen sie ihn. Lokfu Park. Was für ein Name. 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 Vielen Dank.